Olaf, hier bleibt viel besser. Hier sind immer so 4-Eckshöfe wie hier in Bayern. Und da habe ich die Idee. Wenn man in der Mitte einen Kübel macht, dann wirklich einen langen Maibaum. Da drüber liegt meine Plane. Und den Maibaum macht man praktisch von oben fest. Oh, shit. Mit... Mit Seilen.